Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Sims 3 Speed Build, denn ich habe in Sims 3 eine Legacy gestartet für mich persönlich und ich dachte, ich nehme mich einfach mal dabei auf, wie ich ein bisschen struggle beim Bauen. Wir befinden uns tatsächlich in Riverview, einer kostenlosen Stadt, die man bekommen hat in dem Sims 3 Store. Und ja, ich habe einfach mal wieder Lust aus Sims 3 gehabt und da dachte ich, das wäre jetzt doch ganz cool, wenn ich dann halt so eine Legacy starten würde. Und ja, hier seht ihr, wie ich jetzt gerade einfach mal ein bisschen aufräume erstmal, weil ja, in einer Legacy bekommt man natürlich nicht so viel Geld erstmal. Und das Ganze ist auch ein bisschen größer geworden, weshalb es am Ende dann ein bisschen leer aussieht, weil ich einfach nicht mehr genug Geld hatte. Aber Dinge passieren, Leute. Dinge passieren. Trotzdem finde ich, ist es eigentlich ganz süß geworden, aber ja, es hätte auch besser sein können, sage ich mal. Also Sims 3 und Bauen ist halt schon ein bisschen struggle, muggle. Und es ist halt schon was anderes, wenn man in Sims 4 baut, weil in Sims 4 sieht einfach legit alles gut aus. Egal, was du tust, es sieht immer gut aus. Und das ist in Sims 3 halt eben nicht so. In Sims 3 kannst du halt auch echt richtig hässliche Sachen bauen. Also richtig easy auch. Und das ist ein bisschen blöd. Aber ja, ich habe hier so ein bisschen rumgestruggelt, wie ihr hier seht, mit dem Create-a-Style-Tool, weil immer wenn man das hat, dann lagt es so komplett einfach. Und dann habe ich halt einfach gesagt, okay, ich kopiere einfach diesen Code und füge ihn dann bei dem anderen ein, weil das einfach besser funktioniert. Ja, es ist halt einfach die bessere Möglichkeit für mich gewesen. Das werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch machen, weil es einfach besser ist. Aber ja, ist ja auch geil, ne? Auf jeden Fall habe ich hier so ein bisschen krass gestruggelt, not gonna lie. Ich habe hier dann teilweise auch dann versucht, möglichst die kostenlosen Sachen zu nehmen. Also ihr werdet auch später sehen, ich habe dann die kostenlosen Lichter benutzt und sowas, die es im Debug gibt. Und einfach, weil ich einfach nicht das Geld dafür habe. Und ich möchte trotzdem ein halbwegs schönes Haus haben, weil meine Sims hatten zu dem Zeitpunkt gerade ein neues Kind bekommen. Und jetzt, wo ich das hier aufnehme, haben die mittlerweile schon drei Kinder. Und ja, da sollten die natürlich schon ein halbwegs schönes Haus haben, ne? Weil sonst ist es ein bisschen kredisch-mittisch. Not gonna lie. Aber jo. Also grundsätzlich finde ich es ganz cool. Gefällt mir. Ganz gut. Also ich habe auch schon hässlichere Sachen gebaut, not gonna lie. Aber ja, also ich habe auf jeden Fall versucht, dass es halbwegs gut aussieht. Ihr könnt mir ja sagen, habt ihr auch immer so gestruggelt in Sims 3 bauen. Ich habe es auf jeden Fall schon immer getan. Sims 3 und bauen ist halt schon ein bisschen schwierig tatsächlich. Meiner Meinung nach. Ja. Man hat, wenn man die Nutzungsbedingungen irgendwie zugestimmt hat, hat man irgendwie 3000 Punkte geschenkt bekommen. Und die habe ich mir halt gegönnt. Weil ich meine, das sind halt immerhin 30 Euro für den Sims 3 Store. Und das ist halt schon sick. 30 Euro gönnt man sich, Leute. Und ja, eben diese 30 Euro habe ich gut investiert, weil ich habe mir dann so ein paar Sachen halt dann noch im Sims 3 Store gekauft. Zum Beispiel diese Baby-Schaukeln, Laufstall, die Gehhilfe, weil ich die Sachen richtig, richtig cool finde und die immer haben wollte. Und jetzt, dadurch, dass ich ja diese 30 Euro quasi geschenkt bekommen habe von EA selber, habe ich sie mir dann auch gegönnt. Weil das macht man halt eben so, ne? Ja, also wenn man die Sachen kostenlos geschenkt kriegt, ne? Dann nutzt man die natürlich auch immer gerne. Ja, da habe ich auch noch so ein paar andere Sachen so. Ich glaube, den Hühnerstall oder so habe ich noch gekauft. Und so ein paar kleinere Sets. Die ganzen kostenlosen Sachen habe ich mir dann auch gedownloadet, weil ich dachte so, die kostenlosen Sachen so, die gönnt man sich. Auch wenn man sie niemals benutzen wird, einfach nur dafür, dass sie da sind, ist es doch schön. Man kennt es, Leute. Man kennt es. Ich lieb's. Einfach. Ich lieb's. Ähm, ja. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß, gerade mit Sims 3. Also hatte ich schon Bock. Not gonna lie. Also es macht halt auch einfach Spaß gerade. Sims 3 ist halt wild, ne? Es ist halt einfach anders. als die anderen Teile irgendwie. Sims 4 ist trotzdem halt das, wo ich gerade am meisten Herzblut reinstecke einfach. Weil es mir aktuell am meisten Spaß macht. Sims 2 ist für mich immer noch der Lieblingsteil. Aber, ja, Sims 3 ist deswegen ja noch lange nicht schlecht oder so. Nur ich habe da halt zwischendurch ein bisschen weniger Lust drauf gehabt. Und jetzt habe ich es halt mal wieder installiert. Und, ja, ne? Also ich habe auf jeden Fall gerade ein bisschen Spaß dran. Und, ja, ist doch schön. Man sieht hier übrigens regelmäßig, wie ich auch speichere, weil man weiß ja nie bei Sims 3, ne? Speichern ist sehr wichtig, Leute. Also wenn ihr in irgendeiner Form Sims 3 spielt, generell Sims, speichert einfach regelmäßig. Das ist besser für uns alle. Weil sonst, äh, ript ihr. Ich hatte das einmal in Sims 3, dass ich irgendwie sieben Stunden am Stück gespielt habe und ich habe vergessen zu speichern. Und legit, Leute, wisst ihr, wie scheiße das ist? Weil nach sieben Stunden oder so kommt das ja auch, dass man dann nicht mehr speichern kann. Dann kommt so ein Fehlercode einfach nur, weil es zu viele Ressourcen sind, die irgendwie gespeichert werden müssen und so. Und ich war so, why? Ich müsste jetzt alles nachspielen. Da hatte ich nachher erstmal keinen Bock mehr. Weil, naja, sieben Stunden ist halt schon heavy, ne? Aber, ja. Ja, hier, ich habe halt viele Sachen benutzt, die ich halt schon besaß in dem Spielstand, so, ne? Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Also, weil die ganzen Sachen neu kaufen ist natürlich teurer, als wenn man, ja, das einfach benutzt, was man schon hat. Weil die Sachen, wenn man das verkauft, kriegt man ja weniger Geld zurück, als die eigentlich gekostet haben. Das war halt immer ein bisschen blöd. Aber, ja. Deswegen habe ich die Sachen einfach behalten. Ich hoffe, dass ich irgendwann genug Geld habe, dass ich mir auch mal neuere Sachen leisten kann. Aber bisher funktioniert das nicht so gut mit dem Geld verdienen in Sims 3. Also, ich versuche schon diese ganzen Tricks mit Blumen sammeln und keine Ahnung. Aber irgendwie reicht das trotzdem immer nicht aus. Das ist ein bisschen traurig. Aber was ist in Ordnung? Wirklich. Immerhin haben meine Sims ein Auto, ja? Was sich überhaupt nicht lohnt. Aber immerhin haben sie ein Auto. Ja. Und am Ende, das sieht halt alles ein bisschen leer aus, ne? Also, es ist halt einfach so. Und da habe ich, ja. Ja, es hätte einfach ein bisschen kleiner sein müssen fürs Erste. Aber das wird ja dann innerhalb meines Gameplay-Lays noch voller werden. Es ist jetzt natürlich ein bisschen blöd gelaufen für das Speed-Bild, weil man denkt immer, es ist dann so was Fertiges irgendwie. Aber, ne, ich hatte einfach Lust, es aufzunehmen und wollte es euch dann zeigen. Deswegen, ja. Aber, ja, hätte man auch anders regeln können, tatsächlich. Aber es ist in Ordnung. Aber in dem Spielstand ist leider auch meine Katze ein bisschen verglitscht. Also, mein Mann, den ich da geherrscht habe, der hat eine Katze mitgebracht. Und die Katze ist jetzt nach ein paar Tagen einfach unsichtbar. Und jetzt ist sie quasi, ja, also irgendwie kann man nicht mehr so richtig mit ihr interagieren. Aber teilweise schon. Und, ja, dass das ganz wird. Aber die Katze wird wahrscheinlich sowieso bald sterben. Zumindest ist ihre Laufbahn auf jeden Fall schon voll und sowas. Und deswegen wird das wahrscheinlich eh nicht mehr lange dauern. Aber, ja, ist natürlich schade, dass sie dann halt jetzt die letzten Tage nicht so viel Liebe bekommen kann, weil sie einfach verglitscht ist. Aber that's just Sims things, ja. So, übrigens, leid, dass es schon wieder ein Speed-Bild kommt. Weil letzte Woche kam ja auch schon ein Speed-Bild. Aber, ja, es sind zumindest andere Sims-Teile, ja. Dann macht es das zumindest ein bisschen besser, denke ich. Also, zumindest empfinde ich das so. Außerdem habe ich zur Zeit einfach Lust auf Bauen gehabt. Ja, aber nächste Woche oder so wird auf jeden Fall wieder ein anderes Mittwochs-Video kommen. Also, macht euch da mal keine Sorgen, ihr lieben Mäuse. Ja, und hier so langsam reichen wir uns tatsächlich auch schon dem Ende. Also, ich meine, so viel kommt da jetzt nicht mehr hinzu. Wir haben jetzt ja auch nicht mehr so viel Geld tatsächlich, ne. Also, ich habe da jetzt, glaube ich, kommt das noch, dass ich da noch was gefunden habe, was das irgendwie so ein bisschen geglitscht hat, wo ich noch ein bisschen Cash dazu bekommen habe. Das gönnt man sich ja auch immer gerne. Leadschige Sachen. Weil irgendwie, ich weiß nicht, kam das oder habe ich das jetzt gerade eben übersehen? Auf jeden Fall irgendwie random stand halt dann das Auto, was er mitgebracht hat, stand dann da so drin im Haus. Und das habe ich dann einfach verkauft. Und, naja, so ein Auto gibt ja schon ein bisschen Cash Money. Und das Cash Money habe ich dann halt einfach dafür genutzt, dass ich mir noch ein paar Sachen hier gekauft habe. Aber, ja. Alle sagen immer so, sie vermissen dieses Creative Style Tool. Also, einerseits ja, weil, keine Ahnung, aber Sims 4 hat mittlerweile so schöne Sachen, die man gut matchen kann, ohne das Creative Style Tool. Also, ich brauche es jetzt nicht zwingend, to be honest. Also, ich finde es auch einfach schön, ja, einfach Swatches zu haben, weil ich dann nicht so lange brauche beim Bauen, ne? Weil ich meine, das ist viel kleiner als das, was ich jetzt in Sims 4 gebaut habe letzte Woche. Und ich habe so viel länger dran gesessen. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll im Leben, ne? Also, jetzt schauen wir mal hin. Ne, muss hier jetzt nicht unbedingt sein, sage ich nur. Also, ich weiß doch auch nicht, Leute. Ich weiß doch auch nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe sehr viel Spaß gerade an Sims 3. Ich werde das privat auch noch weiterspielen. Vielleicht kommt noch mal wieder ein Sims 3 Video. I don't know, Leute. Wir werden mal schauen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr mir das ja gerne in den Kommentaren schreiben. Und ich würde jetzt an der Stelle aber auch schon sagen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss.